auf Twitch sein, ich kontrolliere das mal eben hier selber gegen. Jep. Michael, hallo, das ist auch schön, dass du auch dabei bist. Wir müssen nochmal eben, glaube ich, den Titel anpassen, gell? Mach ich auch mal eben hier irgendwie. Ach, das verwirrt hier schon wieder alles mit den doppelten und dreifachen Bildschirmen. Hilfe, Hilfe! Ich bin alt, ich kann das nicht mehr. Ich bin alt, ich bin alt. Ich bin alt, ich bin alt. Ah, jetzt kommt Ton, okay, da war, nee, die Musik fehlt irgendwie von dem Intro. Es gibt doch gar kein Intro. Vielleicht deswegen, ja. Da war doch früher immer Musik hier bei dem Intro, oder nicht? Es ist doch gar kein Intro am Laufen. Ah, okay. Fängt schon gut an. So, warte mal, eben Texte sollten auch angepasst sein. Hier kurz Redoading. Ja, hier läuft. Drei Leute, die gerade zuschauen. Also einer bin ich. Wer ist noch auf Twitch? Ich bin auch noch drin. Zwei, wer ist der dritte? Arne, Ingo? Oder war ich Nummer drei? Sorry. Oder Nummer drei, also wir sind noch in der... Können wir uns jetzt noch dreckige Witze erzählen? Ja, Jungwolle auch. Nummer drei. Zu viert, also. Aber wir haben pünktlich angefangen, also von daher. Die kommen schon noch. Glaube ich. Die sind alle in der Location. Stimmt, warum ist die Location nicht da? Weil die Location eine Veranstaltung hat. Deswegen streame ich. Ja, schon, aber ich meine, warum ist die Location nicht auf Twitch? Keine Ahnung. Die haben doch einen großen Monitor extra deswegen. Der hängt, glaube ich, aber noch nicht. Oder umgekehrt, eine Kamera wäre interessant, wenn man jetzt da reingucken könnte. Ist ja auch egal. Wir sind hier beim Audio-Stammtisch. Arne und Palminika sind auch schon da, hallo. Arne ist auch hier am Start. Ach, stimmt. Servus. Ja, hallo. Ja, einen wunderschönen guten Abend da draußen an den Empfangsgeräten. Es ist Freitag, der 17.12.2021. Und hier ist der Retro-Comfort-Audio-Stammtisch. Wie ist jetzt meine Stimme gerade so nach oben gekickst? Ausgabe Nummer 151. Und in gewohnter Form begrüßen wir natürlich auch alle Zuhörer auf Twitch. Die erste Stunde gibt es da ja live zum Mitlauschen. Und ja, Mitlauschen und Mitsprechen tun auch ein paar Leute heute hier schon bei mir in der Runde. Also mein Name ist Danny alias Sitkit. Für die Leute, die mich jetzt nicht kennen, nochmal eben kurz hier reingeworfen in den Raum. Und eben gerade reingeschlittert sehe ich gerade, ist der Marcel alias Derhass. Schönen guten Abend. Guten Abend. Auch dabei in der Runde, aber er lauscht nur der Matthias alias Hex. Und dann der Nächste, der mit in der Gesprächsrunde ist, ist dann der liebe Jungwolle. Jungwolle, bist du da oder bist du gerade abgemeldet? Nee, ich bin da. Dann ist auch wieder mit von der Partie der Michael alias Maniac242. Servus. Pagefall2000 alias Ingo. Schönen guten Abend. Und einmal auch über den kleinen Bach-Großenteich, je nachdem ihr es auslegen wollt. RSN8887 alias Arne. Schönen guten Abend. Ja, hallo. Grüße aus Oklahoma. Ja. Ja, Mensch, Leute. Eine Woche ist wieder vergangen. Letzte Woche hatten wir die große Nummer 150 des Audio-Stammtisches. Das ist ja das Format, wo Hörer und halt eben auch Macher des Podcasts sich Freitagabends immer zum lockeren Talk treffen. Hier kann jeder mitmachen. Informationen, wie ihr hier mitmachen könnt, findet ihr auf der Seite www.retrocopot.de. Ihr braucht nur einen Twitch-Client und ein Mikrofon und Kopfhörer und dann könnt ihr hier eigentlich auch ohne Probleme jederzeit mitmachen. Und ihr könnt vor allem auch jederzeit einsteigen und auch wieder verlassen. Das ist jetzt nicht die Pflicht, dass man hier den ganzen Abend oder bis in die frühen Morgenstunden mit uns verbringt. Worüber wir uns natürlich sehr, sehr freuen würden, wenn ihr das tut. Aber in erster Regel gilt hier, jeder kann kommen und gehen, wann er möchte. Du hast Twitch-Client gesagt. Teamspeak meinst du? Teamspeak, ja, stimmt. Ich bin verwirrt. Ich bin alt. Ich darf das. Wollt ihr jetzt nicht dazwischengrätschen, aber wollt es trotzdem korrigieren? Alles gut, ja. Natürlich Teamspeak, nicht Twitch. Auf Twitch könnt ihr die erste Stunde heute live mitverfolgen und den Rest gibt es dann für die Patreonen ab 1 Euro auf Patreon oder auf Steady, dann halt eben im Extra-Feed. Ja, viel zu berichten gibt es von meiner Seite aus recht wenig. Also die Leute, die vielleicht meine Formate gesehen haben, die wissen, dass ich mich am Montagabend ausgiebig mit der Beta-Vision des Playstation-Cores auseinandergesetzt habe. Und am Dienstag habe ich ein bisschen Baphomets Fluch 2 weitergespielt. Das war es aber eigentlich bei mir auch schon großartig, was diese Woche mit Gaming gelaufen ist. Ich hatte mal ein paar andere Sachen zu tun und da war nicht so wirklich viel Zeit für daddeln. Und wenn ich gedaddelt habe, das kann ich jetzt auch schon mal vorausnehmen mit zu dem, was haben wir gespielt. Ich habe neben wieder mal etwas weiter bei Red Dead Redemption 2 auf der Xbox gezockt. Aber ansonsten habe ich nichts Nennenswertes irgendwie an Gaming oder überhaupt mit Computern diese Woche zu tun gehabt. Ja, da kann ich mir leider anschließen. Ich habe tatsächlich eigentlich nur für morgen dieses Special vorbereitet mit Weihnachtsspielen. Es fängt ja gleich um 14.30 Uhr an, bis 15.30 Uhr. Und ich glaube, ich habe da ein bisschen was Nettes zusammengestellt, aber wirklich zum Spielen gekommen bin ich jetzt nicht. Hallo Sebastian, Dark Metatron ist gerade dazu gekommen. Ja, hallo, schönen guten Abend. Oh, du klingst aber weit weg. Echt? Sollte ich eigentlich nicht? Haltest du das Mikrofon? Nee, eigentlich nicht. Du klingst mit viel Echo irgendwie. Wie so ein Webcam-Mikro klingt das, ja. Deswegen war die Frage. Hast du vielleicht dieses tolle Headset von deiner Frau ausgeliehen? Nein. Mit schönen Ohren. Ist das jetzt besser? Oh ja, um Längen besser. Ja, ich hatte, bevor ich reingekommen bin, alles noch eingestellt im Teamspeak. Dann bin ich reingekommen und Teamspeak hat das Mikrofon umgestellt auf das andere Mikrofon. Und ja, das ist tatsächlich so etwas über eine Armlänge von mir entfernt. Das ist natürlich klar, dass das komisch klingt, ja. Alles gut. Ach, Technik. Wollen dich alle nur ärgern. Also, Dani, du hast ja schon einiges gespielt, weil du hast ja diesen Mr. PSX-Core vorgestellt am Mr. Monday. Und da hast du ja ganz viele Spiele ausprobiert. Das war echt der Hammer, fand ich. Also, das war echt super. Und alles, was du gezeigt hast, lief ja auch. Also, Wahnsinn. Ja, das war allerdings aber auch daran mehr oder weniger der Sache geschuldet, dass ich die meisten Sachen wirklich schon im Vorfeld ausprobiert hatte, weil ich wollte mich nicht wieder der Blöße geben, dass ich ein Spiel reinlade und dann irgendwie so, alles kaputt, alles kaputt. Hallo, Miri. Miri hört uns auch zu und wir schreien zu sehr. Aber ich fand, das lief wirklich erstaunlich stabil. Also, das war schon der Wahnsinn irgendwie. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Vor allem, wenn man bedenkt, vor ein paar Wochen, da war das Ganze eigentlich nur noch, also, da konnte man ja gerade was booten und da lief noch eine Demo und mittlerweile laufen eigentlich so viele Spiele komplett stabil. Das ist ja schon der Hammer. Okay, Miri schreibt gerade, Sebastian übersteuert. Kann ich jetzt hier nicht so wiedergeben? Ja, wenn er laut der Video übersteuert, ja. Ah, okay. Also, ich würde auch sagen, inzwischen laufen fast schon so gefühlt so, zumindest die Hälfte der Spiele läuft eigentlich schon oder mehr, nur halt ohne Ton. Und jetzt gerade wurde ja auch Memory-Card-Unterstützung hinzugefügt. Die wird allerdings noch nicht auf die SD-Karte abgespeichert, sondern nur im RAM. Aber dann kann man sogar so das schon mal testen. Und zwei Spieler gehen jetzt ja auch sogar schon. Also, das wurde auch gerade hinzugefügt. Also, es geht mit riesen Schritten voran. Aber, wie Danny ja auch gesagt hat, der Sound kommt wohl erst im Januar oder Februar. Weil der Robert macht jetzt wohl dann auch Weihnachtsferien. Genau. Also, jetzt das Wochenende sollte eigentlich, wir sollten eigentlich, soweit ich, wie ich ihn verstanden habe, sollten die letzten kleinen Fixes irgendwie noch gemacht werden. Eben gerade kam auch schon wieder ein Update für den Chor. Jetzt zeigt der Chor dir an, welches Format deine CD hat. Ob europäisch, amerikanisch oder japanisch. Also, das ist, das kann man, also ich habe es ja auch am Montag schon gesagt, das ist unglaublich, in was für einer Geschwindigkeit da entwickelt wird. Das ist, also das ist, und ich meine, der Typ macht ja noch, der arbeitet ja auch noch. Das ist irgendwie, letztes Wochenende waren das irgendwie sieben oder acht Updates irgendwie. Und ich habe das so ein Gefühl, dass das dieses Wochenende noch mal genauso wird. Er ist halt auch voll der Playstation-Fan. Das hilft, glaube ich, auch, dass er persönlich halt die Playstation auch voll gerne mag. Zum Beispiel hat er, glaube ich, gesagt, Final Fantasy VIII ist eins seiner Lieblingsspiele. Und da hat er das halt voll zum Laufen gekriegt und irgendwie auch versucht, ganz schnell zum Laufen zu kriegen. Und übrigens, denn, ich weiß nicht, ob du es, ja, auf jeden Fall, ich weiß auch nicht, ob du es probiert hast, aber man kann jetzt auch schon ins BIOS. Also, du kannst jetzt, wenn du keine CD einlegst, keine virtuelle, dann bootet der tatsächlich in dieses Menü. Und ich habe mal versucht, andere BIOS zu laden, also dieses Boot.rom auszutauschen mit den verschiedenen Versionen. Da gab es ja über die Jahre bei der Playstation 1 immer wieder neue Versionen dieses BIOS. Und das ist dann auch, dann sieht man das halt auch, ne? Erst kam dieses violette Menü mit diesen Farbtupfern, dann später dieses sehr graue, wie soll man sagen, eckige mit diesen Vierecken und so. Total witzig, das mal auszuprobieren. Ich kann mich auch gar nicht erinnern, dass man bei Emulatoren das überhaupt machen kann, in das offizielle Menü sozusagen zu booten von der Playstation. Aber hier geht es natürlich, wie man es ja auch erwartet. Bei vielen Emulatoren, also beim Duckstation zum Beispiel, geht es auch. Vorausgesetzt, man hinterlegt halt ein offizielles BIOS und nutzt nicht dieses HLA-BIOS, was halt standardmäßig im Regelfall immer so inzwischen mitgeliefert wird. Das ist ja so ein Nachbau-BIOS. Das hat das natürlich nicht. Aber wenn man halt im Regelfall bei den Emulatoren ein original BIOS hinterlegt, dann kommt man da auch rein. Naja, okay. Und Safe-States gehen ja sowieso auch schon ganz lange. Das war eines der ersten Sachen, die er eingebaut hat. Ich habe ja auch schon Symphony of the Night, Castlevania Symphony of the Night durchgespielt damit. Als Danny da seinen Stream gemacht hat, habe ich nebenbei das gespielt und dann, ja, durchgespielt. Das kann man echt schon durchspielen, nur halt ohne Sound. Und ich habe dann halt einfach Safe-States benutzt. Bei diesen Speicherräumen, wo man eigentlich auf Memory Card abspeichert, habe ich zu der Zeit halt noch dann immer dann einen Safe-State angelegt. Aber jetzt geht es halt auch schon, dass es dann auf die Memory Card gespeichert wird. Man sieht dann sogar diesen Spielstand mit dieser kleinen Animation. Echt cool. Wie ist denn das Timing? Ist das schon akkurat oder gibt es da immer noch irgendwo Diskrepanzen? Das ist akkurat, würde ich mal behaupten. Ja, bei fast ... Es gibt ganz wenige Spiele, zum Beispiel Heart of Darkness. Das timet sich, glaube ich, mit dem Sound-Prozessor. Also das läuft zu schnell. Aber ich glaube, das liegt daran, dass der Sound halt noch nicht da ist. Ja, es gibt viele Sachen, auch Spiele, die ... Alle Spiele, die in irgendeiner Form auf CD-Audio zugreifen, da gibt es auch immer noch Abstürze. Die laufen also noch, meines Wissens stand es ja, gar nicht. Und auch, das konnte man bei Silent Hill bei mir ja auch ganz gut sehen, die 3D-Welten. Also da gibt es auch immer noch kleine Probleme. Aber ich denke mal, er weiß wohl, was da die Ursache wohl auch teilweise schon für ist. Aber er will erst mal das ganze Grundgerüst drumherum halt eben noch etwas erweitern. Wie gesagt, eben gerade kam ein Update, dass jetzt die CD-Erkennung implementiert wurde. Das heißt, jetzt zeigt der Core an, japanische CD, amerikanische CD oder europäische CD. Und die beiden Memory-Card-Slots sind jetzt auch schon emuliert. Aber natürlich, man kann sich noch nicht abspeichern. Aber man kann jetzt schon zwei Memory-Cards, zwei virtuelle Memory-Cards quasi dann einlegen. Das ist schon, also wie gesagt, das Tempo, was da vorgelegt wird, das ist schon absoluter Wahnsinn. Und das ist ein Ein-Mann-Projekt. Das muss man ja auch nochmal sagen. Er hat zwar auf dem Discord-Channel, auf dem offiziellen Discord-Channel vom Mister, gibt es ein PSX-Test-Board, wo ganz, ganz viele Leute auch schon ihre Problemchen mit ihren Lieblingsspielchen dann reingepostet haben. Das hat ihm wahrscheinlich auch eine Menge geholfen. Aber nach wie vor ist es so, dass er der einzige Mensch ist, der sich da mit dem Coding halt beschäftigt. Und das ist schon einfach mal extrem, ja, beeindruckend. Man kann auch schon auf die Memory-Card abspeichern und dann ein Reset durchführen. Und irgendwie habe ich es dann geschafft, den Spielstand auch zu sehen und so. Ach ja, genau. Weil Symphony of the Night Zeit im Titelbild auch die Spielstände an. Wenn man sich dann totgehen lässt, dann sieht man da auch die Memory-Card, was da drauf ist und so. Ich glaube, so wie ich das verstanden habe, ist das Memory-Card-Format, was ja dann, wenn es dann wirklich abgespeichert wird, auf der SD-Karte landet, ist wohl das gleiche wie von diesem Sony-Memory-Card-Adapter, den man ja auch offiziell kaufen konnte für einen PC und von den ganzen Emulatoren. Dann kann man also auch sozusagen seine Spielstände vom Emulator, seine Memory-Card sozusagen rüberziehen auf den Mister. Oder ich habe so den Plan, meine Original-Playstation-Memory-Card mit diesem Sony-Adapter auf Windows zu speichern als Pfeil und dann auf den Mister zu importieren. Das sind wohl alles einfache RAW-Dateien, also Bit für Bit, einfach der Inhalt der Karte. Er meinte, das sollte dann gehen. Das ist natürlich auch witzig irgendwie. Ist es denn mal vielleicht später technisch möglich, dass man ein CD-Laufwerk an den Mister anschließen könnte und dann vielleicht Playstation-Spiele direkt von CD mountet oder bootet? Weil das wäre eigentlich ein absolutes Killer-Feature, wenn das gehen könnte. Also ich glaube, das wird nicht kommen. Da hat sich der Sorge-Blick schon gegen ausgesprochen, auch gegen diese Modul-Adapter und so. Das ist, meinte er, wäre nicht Teil des, wie soll man sagen, du weißt es wahrscheinlich besser, Danny, ne? Die haben ja so eine Art, der hat ja so eine Art Plan, was er vom Mister, was er will vom Mister-Projekt, was das machen soll. Und genau das ist keine Priorität bei ihm. Ja, das ist keine Priorität und B ist das auch hardware-seitig nicht so einfach umzusetzen. Weil du musst dann, du musst ja so ein Laufwerk dann ja eins zu eins durchreichen, so hardware-technisch. Das muss ja dann, es muss ja dann ja, es muss ja dann, schwerer Begriff, es muss ja dann software-seitig, hardware-mäßig verkabelt sein. Du kannst ja auch bei einer Playstation, kannst ja nicht einfach irgendwie ein anderes Laufwerk dann einbauen, wenn man das jetzt so einigermaßen versteht, was ich meine. Das ist nicht so, das ist nicht ganz so einfach und es ist ja auch bei anderen Cores bisher noch nicht gemacht worden. Und du kannst ja auch nicht beim Amiga-Core oder beim PC-Core ein externes USB-Diskettenlaufwerk oder halt eben eine Festplatte oder ein CD-ROM anschließen und das dann halt nativ einbinden. Das geht nicht. Das ist auch nicht, genau wie du sagst, Arne, das ist, glaube ich, auch nicht Ziel des Projektes, weil wahrscheinlich sich dann sonst auch, ja, irgendwelche Hersteller drauf stürzen würden auf dieses ganze Projekt. Und dann bauen sie das Ganze in ein Konsolengehäuse und versuchen damit dann Geld zu verdienen, ne? Ich kenne es aber von diesen aktuellen FPGA-Konsolen auch nicht anders. Die, die einen Modulschacht haben, die lesen auch nur das Modul aus und verwenden dann das Image in einem virtuellen Modulschacht. Das würde ich ja natürlich auch nicht geben. Das könnte ja schon gehen, wenn man so eine Retrode hat oder so, diesen Adapter. Der erscheint ja, glaube ich, als ganz normaler USB-Thumbstick sozusagen. Da müsste man es ja eigentlich auch schon laden können, dann das Spiel. Aber das wäre eine Idee zu einer Implementierung, dass man vielleicht, ja, dann eine CD reinsteckt. Da wird dann ein Image ausgelesen, auf Bertheit gespeichert und dann wird es gestartet. Also, dass man halt so tut, als ob das halt dann direkt von der CD wäre. Das wäre auch vielleicht eine mögliche Lösung. Ja, das würde unter Umständen schon gehen. Aber da brauchst du ja auch nichts, dann mit FPGA zu implementieren. Das könntest du ja theoretisch dann auch mit dem Host-System dann emulieren. Oder beziehungsweise... Könnte man sogar als virtuelles File-System machen, dass sozusagen ein Mount-Point existiert, wo die CD, die du einlegst, in einem USB-CD-Brenner oder so, dass die dann da sozusagen als ISO gleich erscheint. Das könnte man ja im Grunde, weiß ich nicht, ob es das nicht vielleicht schon gibt unter Linux, sowas, so eine Art virtueller Mount-Point, dass man das gar nicht mehr selber auslesen muss. Gibt es, aber ich glaube, dafür ist dann, glaube ich, auch die Hardware... Also, das ist schneller mit dem PC gemacht. Ich habe ja auch hier meine eigene... Ich habe, weil ich ja auch so verzweifelt war, weil GTA nicht laufen wollte, die Files, die ich im Netz gefunden hatte und habe dann mein eigenes ISO eben schnell erstellt. Und das hat, glaube ich, drei Minuten gedauert, das zu extrahieren. Und dann halt eben per FDP habe ich das eben rübergeschopst auf den Lister. Das war ich... Waren die nicht auch verschlüsselt irgendwie? Also, dass die mit so einem Chip erst mal entschlüsselt werden mussten in der PlayStation 1? Nein, die waren nicht verschlüsselt, sondern... Aber das Problem war, du hattest halt auf den Original-Disks halt so einen nicht kopierbaren Track drauf. Und den hat halt die Original-Playstation ausgelesen. Und wenn die halt nicht da war, hat er das Spiel halt nicht gestartet. Also, das war halt dieser Kopierschutz, der da war. Aber das war nichts mit Verschlüsselung. Die CD war einfach ganz 1 zu 1 normal lesbar im PC. Und die hatten ja so eine schwarze Schicht, die PlayStation 1-Spiele. Konnten die denn damals überhaupt auf normalen Laufwerken gelesen werden? Ja, ja. Problemlos. Ja, klar. Ich erinnere mich da jetzt gar nicht mehr dran. Später ging das, das weiß ich halt auch noch. Da habe ich nämlich dann auf dem PC mit Blim emuliert. Da ging das, aber ich glaube, in der Anfangszeit, da hatte das doch einen Grund, dass die schwarz waren, oder nicht? Nein, das war nur rein optisch. Das war nur rein optisch. Wobei es hieß, dass die sogar etwas resistenter gegen Kratzer gewesen wären. Die waren teilweise ja sowas von zerkratzt. Also, da hatte ich ja ganz schlimme Bilder gesehen. Was heißt Bilder? Ich habe auch dann so gebrauchte Spiele gekauft. Die waren ja sowas von zerkratzt. Also, als ob jemand mit Schmirgelpapier da drüber, ja, seine Runden gedreht hat. Na, ich habe das mal nachgelesen. Dieses Schwarze, das war angeblich von Sony einfach so gedacht, dass man halt das nicht verwechselt. Spiele und Musik-CDs. Weil Sony ja auch Musik-CDs vertrieben hat. Und die wollten halt eine ganz klare optische Trennung, dass man, wenn man eine CD in der Hand halt sofort sieht, ob das eine Musik-CD oder eine Playstation-CD ist. Deswegen haben sie die schwarz gemacht. Also, nach meinen Recherchen war das der einzige Grund. Offiziell zumindest, was ich gefunden habe. Ja, ich glaube, das klingt auch sowas an das, was ich mich erinnere. Und das andere waren, glaube ich, alles Gerüchte. Das ging da immer so rum. Oh, die sind schwarz, die kann man nicht kopieren und so. Das hat sich dann alles als falsch rausgestellt. Übrigens, GTA fällt mir auch ein. Das habe ich damals mit meinem Freund mit diesem Toast auf dem Macintosh-Rechner seiner Mutter, die war so Designerin, die hat darauf immer Photoshop benutzt. Da haben wir dann Toast installiert und dann versucht, dieses Grand Theft Auto zu kopieren, als wir dann Mod-Chips hatten. Und das ist ja echt total schwer zu kopieren, weil das ist jetzt nicht kopiergeschützt, aber das hat ganz viele dieser Subtracks. Also, es gibt ja da so bei, in den Audio-Dateien, da sind ja Audio-Stücke hinten dran, nach den Daten. Und diese Audio-Tracks, die haben diese Subtracks. Das gab es, glaube ich, bei CD-Playern auch. Dass so eine Art Musikstück dann so Untertitel hatten konnte, so A, B, C, D, so eine Art Kapitel innerhalb eines Stückes oder so. Die hießen, glaube ich, Subtracks oder so. Und das hatte davon wirklich ganz, ganz viele. Es hat endlos gedauert, das auszulesen alleine schon, diese ganzen Subtrack-Markierungen zu finden. Ja, damals, also heute, ich habe das jetzt mit, oh Gott, ich weiß nicht, mit Image-Burn habe ich das, glaube ich, gemacht. Das ging echt ratzfatz. Also, ich habe auch mit einem ganz modernen, wirklich ganz modernes USB-CD-Laufwerk, was ich mir letztes Jahr neu gekauft hatte. Und auch irgendwie, ich kann mich auch daran erinnern, dass man früher noch so eine, irgendwelche Treibergeschichten teilweise auch noch auf Unterwindus noch reinladen musste, um halt irgendwie dann Playstation-Spiele zu kopieren. Das war nicht, es war nicht ganz so einfach und es war auch, was den Brenner anging, da gab es, das hatte ich ja auch am Montag erzählt, da gab es halt eben auch so eine Handvoll Brenner, nur die das wirklich so, so wirklich hundertprozentig konnten, dass die Kopie halt wirklich auch immer, immer lief. Ich meine, wir müssen uns nichts vormachen auf der Playstation. Die Playstation haben wir alle gut wieder kopiert, wie die Großen, also wie damals zu Amiga und Sefi-Zeiten, das war, äh, oder wenn nicht sogar noch schlimmer. Zuletzt hat sich ja jeder so einen Black-Store-Brenner gekauft, weil es hieß, die können das. Ich hatte damals einen Black-Store-Skazibrenner. Genau. Ja, aber ich habe die Playstation-Spiele kopiert. Also ich schon und ich weiß noch genau, es gab billige Brenner, die konnten nur den, ähm, SAO-Modus, Session at Once. Oh. Und, ähm, für dieses Brennen von Spielen brauchte man eigentlich den Disc-At-Once-Modus, D-A-O, wo die ganze Disc eins zu eins so rübergeschrieben wurde, selbst wenn an der Grenze zwischen Daten und Audio-Tracks, dass das alles Bit für Bit genauso draufgeschrieben wird. Und dieser Session-At-Once-Modus oder Track-At-Once hieß das manchmal, gab es so, glaube ich, Track-At-Once, Session-At-Once und Disc-At-Once. Und Track-At-Once und Session-At-Once waren nicht so gut, weil die haben dann zum Teil da andere Null-Bits noch zwischengeschrieben, zwischen die Tracks und so, dann war es nicht eins zu eins das Gleiche. Und das war auch voll nervig, weil wenn man das mit so einem billigen Brenner gebrannt hat, also nicht im Disc-At-Once-Modus, dann waren manchmal die Audio-Tracks ganz falsch. Dann fing mit so bei Mortal Kombat halt die Musik nicht am Anfang an im Kampf, sondern so mittendrin oder so. Das war dann erst mal so drei Sekunden Stille, bis die Musik anfing und so. Das war damals echt ein Krampf, aber heute können halt eigentlich alle, selbst die billigsten Brenner, können halt diesen DAO-Modus, muss man halt nur bei Image-Spüren halt nur einstellen. Oder das andere ganz Schlimme war ja noch, wenn man diesen Swap-Trick benutzt hat. Habt ihr das mal gemacht? Wenn man keinen Mod-Chip hatte, konnte man ja so was ganz Krasses machen. Du konntest ja eine Original-CD reinlegen, dann mit einem Zahnstocher oder mit einer, mit einer, wie war das, mit so einer, ähm ... Mann, wie hieß denn das? Wie heißt denn das? Ja, irgend so einer Feder oder so, das runterdrücken, dass die Playstation denkt, die Klappe ist geschlossen. Dann fing die CD an, sich zu drehen. Er ging sozusagen über diesen Anfangs-Boot-Screen, dass der schwarze Bildschirm kam mit dem roten Logo. Und dann musste man genau zur richtigen Zeit, wo die CD dann kurz mal langsamer wurde, die so rausreißen, während sie sich dreht und die Kopie reinklatschen. Das war immer so zack, bam. Und dann hat man sich auch gedacht, gleich ist meine Playstation kaputt. Das war, glaube ich, diese Piracy-Warning. Genau. Genau, und dann dachte ich auch immer, bald ist sie kaputt, wenn wir das noch länger machen. Immer so zack, bam, zack, bam. Und meine Freunde, meine einer Freund, der konnte das dann irgendwann so gut, dass er zack, 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 zack. Er hat das halt ständig gemacht, hunderte Male am Tag, so wenn er da irgendwie Spiele wechselt, immer wieder. Aber das war auch rein, weil sie die Laufwerke dann kaputt gegangen. Ja, weil du rupst die halt mitten im, ja, dem Motor halt, ne, hält man auch so ganz fies grob immer an damit. Also das war auch scheiße, der Swap-Trick halt. Und da gab's dann auch immer Probleme. Oft wurden dann halt die Audio-Track-Daten nicht korrekt, dann auch sozusagen nicht korrekt übernommen. Dann hatte man mit einmal die, hatte die Playstation halt sozusagen dieses Inventory der CD von der ersten Disc und nicht von der Kopie. Und dann ging das Spiel zwar, aber wie gesagt, die Musiken wurden dann ganz falsch abgespielt. Da kam mit einmal in Level 3 die Musik zu Level 5 und irgendwie sowas. Ja, das waren echt noch Zeiten. Und das andere, was du ja auch erwähnt hast, Danny, ganz kurz mit dem Umdrehen der Playstation, das war ja auch bei mir und allen meinen Freunden. Selbst die, die gesagt haben, nö, meine funktioniert perfekt, die muss ich nie umdrehen. Irgendwann mussten sie es dann auch. Es war fast wie der Red Ring of Death, ehrlich gesagt. Genau, das war dann irgendwie, weil das, die Laser-Inheit dann irgendwie so ein bisschen ausgenödelt war, glaube ich. Das hatten aber nur die ersten Modelle, die späteren hatten das nicht. Und die, das allerletzte Modell, diese PS1, die ja noch zu Zeiten, ich glaube, die ist noch zu Zeiten rausgekommen. Da gab es dann PS2, PS3 und PS3 noch am Markt. Da gab es dann noch diese PS1. Die haben sie noch mal so als Portable-Ding quasi rausgebracht mit so einem klappbaren Bildschirm und so weiter. Und das wäre jetzt so meine Playstation, wenn ich mir eine originale, alte noch mal irgendwie zulegen möchte. Die liest auch ein bisschen schneller. Die hat, glaube ich, ein Vierfach- oder ein Achtfach-CD-Rom drin. Und die allererste Playstation ist ja auch, glaube ich, nur Double-Speed, ne? Wenn mich nicht alles täuscht, aber was Quatt. Auf jeden Fall war es langsam. Ich glaube, das war ein Double-Speed, nur zweifach-Speed. Ich glaube, ich glaube auch zweifach nur, ja. Und ein Neo-Geo-CD hatte ja noch ein Single-Speed, deswegen war das so ultra-langsam. Playstation ging schon halb, aber trotzdem auch noch langsam, ja. Ich glaube, Single-Speed war 150 Kilowatt pro Sekunde, oder? Genau. Das ist so krass langsam. Naja, es ist halt das, da weiß man ja, eine Audio-CD, ne? Eine ganze CD zu lesen dauert bei Single-Speed halt 73 Minuten oder so. So wie eine vollgepackte Audio-CD. Ich hatte das dann auch später bei Dreamcast-Spielen, da haben immer alle im Netz gesagt, brennt sie langsam, brennt sie langsam. Und das ist mir, glaube ich, auch passiert. Also ich habe da mal so, mit einem modernen Brenner kann man ja zum Teil mit 48-facher Geschwindigkeit oder so brennen oder noch schneller. Und dann ging die gebrannte CD nicht. Dann habe ich sie mit sechsfach gebrannt und dann ging sie. Also irgendwas ist da dran. Wenn das langsam brennen irgendwie besser ist. Aber genau verstehe ich es auch nicht, warum. Wahrscheinlich, weil der Laser halt besser positioniert werden kann. Vielleicht genauer positioniert wird. Dass es dann leichter ist, sozusagen von den Konsolen dann das zu lesen. Ich glaube auch, ich glaube eher, das ist dann eher die Lasereinheit der alten Konsole, die dann ein Problem hat, wenn das zu schnell gebrannt wurde. Die modernen Geräte werden da keine Probleme mit haben. Wahrscheinlich ist dann die Spur nicht ganz so, oder ja, irgendwie nicht so perfekt. War das nicht auch bei alten C64-Floppys immer so, dass die manchmal dann nur dort liefen, wo sie geschrieben wurden? Ja, aber das lag dann daran, weil bei den alten Floppy-Laufwerken konnte sich ganz leicht der Lesekopf-Motor dejustieren. Weil der lief ja auf zwei so Schienen. Und das konnte man da halt eben schon mal, die waren auch damit so Schrauben, konnte man die halt eben justieren. Das war, wenn eine Floppy mal dejustiert war, das war eigentlich schon, also dann konntest du das Ding, also wenn du keinen Fachmann gehabt hast, der das konnte, dann konntest du das Ding eigentlich schon wegwerfen. Weil das ist echt, also ich habe das einmal mitgekriegt bei jemandem, der das kann. Der hat halt wirklich dann mit einem Oszilloskop und dann halt eben dann diesen Lesemotor halt eben dann wieder auf die Spur der Diskette halt eben wieder eingestellt. Das ist schon, kann natürlich auch sein, dass es ganz einfach ist, aber für mich sah das ziemlich schwer aus. Das ist halt wie bei einer Datasette den Kopf einstellen. Nur bei einer CD hast du halt eben diesen Schreibkopf, der sich dann ja auch nochmal bewegt. Ja, also ich weiß das auch noch bei Audiokassetten. Mein Vater hatte so einen ganz teuren Kassetten-Recorder ganz früh, als ich klein war. Und der musste den auch immer nachjustieren, irgendwie diesen Schreib-Lesekopf oder so genau. Da konnte man mit so einer Mikrometer-Schraube oder so ganz vorsichtig den so perfekt positionieren. Das war auch ganz komisch. Oder bei Videorekordern war das eigentlich bei all diesem Magnetverfahren, weil bei Videorekordern konnte man ja da auch irgendwie sowas verstellen. So ein Tracking oder wie das hieß, dass die Köpfe sich genau ausrichten, dass das Bildstabler wird. Genau, bei unserem ganz alten von meinem Stiefvater, da musste man das Tracking noch per Hand machen mit so zwei Knöpfen vorne dran. Und bei den späteren dann so von Sony und so bei den Videorekordern, die haben das dann automatisch gemacht immer. Das war auch cool, fällt mir gerade ein bei den Videokassetten, wenn du was ausgeliehen hast, dann immer die Sexszene war dann immer ganz verkrisselt. Weil alle immer Pause gedrückt haben und zurückgespult und Pause und zurückgespult. Ja. Bei den ganzen Filmen aus der Videothek so auch, wäre herrlich. Also ich auch genial finde, was mir dazu gerade jetzt noch einfällt, bei C64-Kassetten, da waren die Spiele ja mal doppelt drauf, ne? Da war ja vorne das Spiel und auf der Rückseite auch nochmal, falls halt eine Seite irgendwie einen Fehler hat, konnte man einfach umbringen. Ja, aber nicht bei allen, nicht bei allen. Stimmt, ja, bei manchen aber, bei vielen. Also beim CPC bei sehr vielen auf jeden Fall. Ja, was faszinierend ist, ist, dass die Kassetten halt, ich habe eine sehr große Sammlung noch an Tapes vom Cephi und die laufen alle noch, das ist Wahnsinn. Also das ist echt ein Medium, was, ja, es ist zwar lahmarschig beim Laden so, aber es ist halt persistent. Also ich meine, ich habe viele Disketten, die ich wirklich nur noch wegschmeißen konnte, besonders die Dreieinhalber. Sei es jetzt vom Archimedes oder vom Amiga oder vom PC. Da habe ich echt haufenweise in den letzten Jahren entsorgt, weil die einfach total durch waren. Aber die eulen Tape-Dinger, die sind echt unverwüstig. Das waren ja auch irgendwelche Billig-Tapes, das war ja nicht irgendwas, nicht jetzt irgendwas Hochwertiges, das war ja auch so ein Billow-Kram, aber ja, sind halt eben noch lauffähig. Ich hatte auch mal das Gefühl, dass die C64-Datasette viel empfindlicher war, als die Amstra CPC eingebaute Datasette. Also der CPC war da wirklich sehr unempfindlich. Beim C64 mussten wir da ganz oft mit dieser Schraube nachjustieren und der war wirklich sehr, wie soll man sagen, pingelig, der C64 beim Laden. Ja, weiß ich nicht. Also ich habe eigentlich das damals, weil ich habe ja selber auch eine Datasette damals benutzen müssen am Anfang, das jetzt nicht so gehabt. Also ich habe auch mal viel nachjustiert, klar, aber das ist jetzt wirklich, dass es eine schlechte oder besser war. Wahrscheinlich lag das auch daran, weil beim C64 halt eben es auch viele Drittanbieter gab. Es gab ja Datasetten nicht nur von Commodore, sondern eben auch von ganz, ganz vielen anderen Herstellern. Und beim Amstraat war halt das Laufwerk immer halt eben auch vom Werk aus drin. Ja, stimmt. Eigentlich schade auch mit diesen Datasetten, die konnten auch diese Features gar nicht, was dann später zum Beispiel so Walkmans hatten. Mit meinem IFA Walkman konnte ich zum Beispiel Lieder vor- und zurückspulen. Also der hat dann erkannt, da ist eine Pause und dann hat er da automatisch dann beim nächsten Lied angehalten. So eine Art Skip. Und rückwärts, vorwärts und rückwärts Skip. Das konnten ja die Datasetten nicht. Da musste man sich ja immer die Zahlen aufschreiben und dann halt immer dahin spulen. So zur Nummer 242, da war dann das Spiel X. Und bei 380 war dann Spiel Y. Aber die konnten dann nicht automatisch anhalten, glaube ich. Oder zumindest das nicht erkennen. Aber eigentlich macht das ja auch Sinn, weil kommerzielle Spiele waren ja auch immer nur ein Spiel. Da war ja nie was später. Nee, nee, also hier Last-Din-Jahr 2 oder so, das gab es auch mit Nachladen. Also das oder Turrican. Die gab es ja auch auf Tapes mit Nachladefunktionen. Das ging schon auf dem C64. Stimmt, aber da musste man sich dann die Zahl aufschreiben? Nein, der hat pausiert. Und wenn man dann tot war ins Titelbild, wie kam man dann, da musste man wieder zurück? Neustarten, neu laden, komplett neu laden. Ach echt, da musste man dann wieder ganz resetten und neu anfangen, weil man nicht zurück konnte. Ich glaube ja. Was für Krampf. Die hat eine Funktion, dass du halt eben dann halt eben zurückspulen musst und dann das Tafel wieder anschmeißt. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, wenn das dann, müsste ich mal ausprobieren. Nee, probiere ich nicht aus. Das kostet zu viel Zeit. Vor allem muss ja auch jeder Level immer sequentiell sein. Also dann lädt er ja Level 1, dann Level 2, dann Level 3. Kann man ja auch nie mehr dann wieder zu Level 2 springen, weil dann müsste man ja wieder zurückspulen. Ist ja ulkig. Naja. Aber eigentlich macht es ja Sinn, weil die Level sind ja eh linear. Du spielst ja immer eigentlich vom Ersten in den Nächsten in den Nächsten. Ja, ich mochte aber trotzdem die Datasette. Also die hatte, also irgendwie war das, irgendwie war das ein cooles Medium seiner Zeit damals. Also auch wenn es lahmarschig war. Aber ich habe das irgendwie, also bin ich auch ganz ehrlich, ich habe das teilweise auch dann, kann ich mich noch dran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Dann bist du von der Schule nach Hause gekommen und hast dann irgendwie, ja entweder hat dir jemand ein Tape mitgegeben oder du hast vielleicht sogar noch Tapes zu Hause gehabt, die du noch gar nicht angeguckt hast. Und dann hast du halt eben, ja, dann auf deinen Schreibtisch deine Hausaufgaben rausgeholt und dann hast du den C4 angeschmissen und hast mal eben gesagt, so hier load. Und dann dauerte das ja eh eine Viertelstunde, bis das Spiel geladen war. Und dann konntest du in der Zeit mal eben deine Mathehausaufgaben, mal eben so zur Hälfte machen oder so. Ja. Ich finde, es hat mich auch trainiert, damals so in ganz klein zu schreiben, in kleiner Druckschrift, weil man da immer so viele Spiele draufschreiben musste auf die, dieses Papier, was bei der Kassette dabei lag. Weil da ja immer, da passen ja wirklich viele Spiele drauf, immer zum Teil, glaube ich, acht pro Seite oder beim CPC, also wirklich viele. Ja, ich hatte, ich hatte so, ich hatte, ich hatte so richtige Sammlungen gehabt, da war dann das erste, das erste Programm auf dem Tape war dann auch immer hier Turbo Tape, also ein Schnellladeprogramm. Und dann ging das eigentlich auch mit den Ladezeiten so einigermaßen, ne? Und das hatte ich, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, es gab es auf dem CPC gar nicht. Und beim C64 kann ich mich nicht erinnern. Ach doch, ist das nicht das, wo das immer so flackert am Bildschirmrand, dieses komische, ist das nicht das, oder? Ja, das war, also die Spiele mussten auch im Turbo Tape-Format dann gespeichert sein. Das war ein eigenes Format. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt da gemacht wurde. Die, die, also die Datasette überträgt, glaube ich, mit 300 Boot, also 300 Zeichen in der, in der Sekunde. Ist das richtig? Ne, 300 Bit pro Sekunde, ne? 300, oh Gott, ey, jetzt, 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 jetzt habe ich mich... Kann sein, ich dachte, 600 oder 900, aber genau weiß ich es nicht. Jetzt habe ich mich in die Nesseln gesetzt. 300, 300, out, sind 300, 300 Bit, ne? Oh, Alter, äh, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall sehr lang, sehr, sehr langsam. Äh, die Übertragungsrate beim CPC und auch beim, ich glaube, auch beim, beim Spektrum war höher. Ähm, deswegen sind die Ladezeiten bei denen, bei denen, äh, auch nochmal eine ganze Ecke schneller. Ähm, genau. Und es gab halt eben halt diverse, diverse Turbolader halt eben für, für Tape. Genau, es gab V3 Turbo, Turbo Tape und, ach, teilweise haben die auch, äh, die Hersteller auch schon, das, ich glaube, der, äh, der Ocean Loaders ist ja auch ein Schnelllader. Den kennen ja auch noch viele. Äh, das ist ja auch ein Programm, um halt auch von Tape halt eben dann, dass das Hauptspiel halt eben ein bisschen schneller reinzuladen, als jetzt über den, über die normale, äh, Geschwindigkeiten. Ich glaube, das war halt eben so, dass, dass das halt eben ein komprimiertes Format war, so wie man das heute vom, vom Packen her kennt. Und in dem, in dieser Laderoutine wurde halt eben dann beim Reinladen, wurden dann halt eben dann die, äh, die, äh, Spieledateien halt eben dann, ähm, ähm, Bit für Bit quasi dann, 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 dekomprimiert und dann halt eben gestartet. Ja, sowas Simples, äh, man kann ja auch so RLE machen, Run-Length-Encoding, das kostet ja null CPU-Zeit. Also ein ganz billiger Packer, der eigentlich immer funktioniert. Äh, auch auf ganz alten Geräten, wo einfach gesagt wird, wenn jetzt zehn Nullen kommen, sagt man einfach, jetzt kommt zehnmal die Null, statt zehn Nullen abzuspeichern. Oder wenn zehnmal die Eins kommt halt, jetzt kommt zehnmal eine Eins. Aber das macht auch nicht, bringt auch nicht viel. Genau, Miriam schreibt's auch gerade, äh, äh, es gab auch keine Prüfsummen. Das, 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 äh, äh, gab's halt auch noch. Es gab ja sonst bei, bei normalen Spielen gab's ja dann auch mal Prüfsummen und dann, dann, äh, ist ja auch mal eine, deswegen ist ja auch dann mal ein Spiel beim, beim, beim Laden abgestürzt, weil halt eben die Prüfsumme nicht gestimmt hat. Dann hat er halt aufgehört zu laden. Und bei Turbo Tape war das, glaub ich, so, der hat einfach dann stumpf weitergeladen und entweder hast du Glück gehabt und das Spiel lief dann und es lief halt eben nicht. Aber das Tape lief halt die ganze Zeit weiter. Irgendwie sowas war das. Ja, ja, es ist zu lange her. Das hab ich ehrlich gesagt bei CDs auch nie verstanden mit diesen Prüfsummen, weil irgendwie hat mir immer, hat mir immer Leute gesagt, oh, auf der CD ist sowieso alles doppelt drauf, da, selbst wenn da ein Kratzer ist, dann, aber irgendwie kann es ja nicht sein, dass alles doppelt drauf ist, weil dann hätte man ja irgendwie mehr Platz als Bits auf der CD sind. Aber irgendwie gab es ja diese Fehlerkorrektur, die angeblich so unglaublich toll sein sollte oder so. Die Fehlerkorrektur hast du überall. Die hast du auch bei Festplatten. Und bei SSD ist noch viel mehr. Und wie funktioniert die dann? Also ist das dann so eine Art Backup, dass alles doppelt gespeichert wird? Nee, nicht alles doppelt. Das ist mathematische Redundanz. Du kannst das so ausrechnen, dass du einen gewissen Prozentsatz von den Daten in so einem Sektor verlieren kannst und es trotzdem wiederherstellen kannst. Ach so, so eine Art Prüfsumme, die dann intelligent genug ist, dass man sogar sagen kann, welches Bit wahrscheinlich jetzt falsch ist. Bis du einen gewissen Grad kannst du dann auch wirklich korrekt korrigieren und du kannst erkennen, bist du einen gewissen Grad darüber hinaus, dass es kaputt ist. Oh, Palmiga schreibt gerade im Chat, bei 640 MB sind 360 MB Prüfsumme heftig. Also die Hälfte. Ja, gut. Tja, eigentlich komisch, dass es dann kein CD-Format gibt wie so Turbo-Tape, wo gesagt wird, scheiß auf die Prüfsumme, wir kriegen jetzt einen Gigabyte auf eine CD, aber dafür ist halt, darf halt kein Kratzer drauf sein. Da hätte es keiner mehr lesen können. Ja, wahrscheinlich. Nicht mal ein Kratzer drauf. Scheiße, jedes Staubkorn ist schon, ja. Ist tödlich dann, das kannst du vergessen. Es gab ja auch übrigens beim Brenner oft diese Möglichkeit rüber, also über den Rand noch weiter zu brennen. Konnte, glaube ich, so bis zu 800 MB oder so da noch drauf quetschen auf die CD. Das ging dann aber nur mit manchen Rolling und so. Da gab es schon so irgendwie sowas, dass auch der Standard manchmal so etwas strapaziert wurde, sozusagen. Ja, das war aber auch nicht zuverlässig. Und zu den Tapes, bei Tapes gab es ja auch noch unheimlich viele, ja unheimlich viele jetzt auch nicht, aber es gab ja auch so ein paar Experimente. Ich meine, die Schneider, Schneider, die Sinclair Computer, besonders die Sinclair QL-Geräte, die besaßen ein sogenanntes MicroDrive. Und ein MicroDrive ist im Endeffekt eine Datasette mit einer Spule, die quasi dann wie so ein Endlosband, wie so ein Endlosband von so einem Großrechner halt eben fungiert. Und da konntest du halt auch solche Sachen machen wie Directory und so weiter. Dann hat er halt immer das ganze Band halt immer durchgenudelt. Das war überhaupt nicht zuverlässig. Also die MicroDrives vom Specki waren super fehleranfällig. Aber es war irgendwie mega cool, weil das ist halt so eine, ja das Ding war halt auch wirklich richtig klein. Also das war noch nicht mal die Hälfte von einer Kassette. Das war, wie groß war ein MicroDrive? Vielleicht so die Hälfte von einer Kreditkarte. Und dann irgendwie dann so drei, vier oder vielleicht auch fünf Millimeter dick. Und das war halt so eine ganz kleine Magnetkassette. Und das hatte die Firma Sinclair halt damals beim QL oder gab es auf dem Spektrum. Aber das war halt auch nochmal so ein Format, um aus dem Magnetband für Heimcomputer nochmal so ein bisschen mehr rauszuwollen. Bei Großrechnern waren Magnetbande ja gang und gäbe. Wann waren das? Das MicroDrive? Ja. Warte, das muss ich nachfragen. Das weiß ich aus dem Kopf nicht. Bloß eine grobe Richtung. Das muss auch so 87, 88 gewesen sein. Naja, da war ich noch im KC 85, im KC 87 bei einer AG, einer Schule und hab dann da irgendwelche Basic-Programme geschrieben oder, ja, geschrieben, ja. Ich glaube in der Retro Gamer 1 oder 2 2021 wurde auch das MicroDrive mal vorgestellt. Wer die Ausgabe hat, der kann das auch noch nachlesen. War das sowas wie diese Diktiergeräte, diese Mini-Tapes? Ich hab's gerade mal gepostet bei uns im Chat hier. Dann könnte ich das Ding angucken und, äh, guck gerade mal, ist da ein, ist da ein, ne, ja, ist da gar nicht angegeben. Und dann, äh, 1983 haben die das auf den Markt geschmissen und, jetzt haltet euch mal fest, das Ding hat gekostet 49, 95 Pfund. Äh, das ist ziemlich günstig, würde ich jetzt mal behaupten, für die damalige Zeit. Witzig, die Cartridges sehen aus wie diese Tintenbänder für so, für unseren Etikettendrucker. Ich hab noch mal einen zweiten Link im Chat gepostet. Da ist nämlich auch mal so ein Cartridge von innen zu sehen. Das ist also schon eine recht, äh, ähm, ja, äh, komplizierte, äh, Technik, die sie da angewandt haben, um halt eben dann dieses, dieses Band halt eben auch so als, als endlos Ding halt eben dann da, äh, äh, an den Start zu bringen. Also das ist, das war auf jeden Fall, äh, das war auf jeden Fall irre. Und ich mein, ihr seht, äh, auf dem Foto, was ich jetzt gepostet hab, da seht ihr auch die, diese beiden Microdrives an einem, äh, Spektrum angeschlossen. Und guckt euch mal an, wie klein die sind. Das ist, also, für die damalige Zeit muss das Wahnsinn gewesen sein. Ich hab hier 83 Kilobyte auf dem Ding drauf. Boah! 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 Auf dem ersten Link sieht man's ja auch, der geöffnete Microdrive-Datenträger im größten Vergleich mit einer Kassette. Das ist halt, naja, übertrieben gesagt, man kann, man kann sechs Microdrives auf eine, auf eine Kassette drauflegen. Dann hat man ungefähr die, die Kassette abgedeckt. Aber es sieht auch irgendwie viel primitiver aus, als was in der Kassette drin ist, finde ich. Also, in der Kassette sind viel mehr Plastikteile und so, um sicherzustellen, dass das Band halt gestrafft bleibt und alles hier ist es so ganz simpel, nur so drei Räder. Ah, das ist interessant. Ich, 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 äh, hab das jetzt gerade eben gerade selber das erste Mal gelesen, ich wusste das vorher nicht. Die Technik, die die da quasi verwendet haben für die Bandführung, ist abgekupfert von der, äh, von dem berühmten A-Track, also von der, von der A-Track-Kassette, die es in den USA ganz, äh, ganz häufig gab. Das war eine Kassette mit acht Spuren, wo du quasi dann, auf jeder Spur, äh, war dann immer ein Lied, ne? War, glaub ich, das war, glaub ich, die A-Track, ne? Ja, ich glaube, also, das fand ich auch witzig, weil, äh, das kennt hier jeder, ja. Das war damals so total verbreitet. Die Leute haben auch noch, äh, alte Tapes, so wie wir halt alte Kassetten im Keller haben, haben hier auch oft Leute, die ich treffe, so noch alte A-Tracks. Das ist auch interessant. Ein vollständiger Durchlauf des Bandes dauert 7,5 Sekunden. Jeder Datenträger hat eine Speicherkapazität von 100 Kilobyte bei einer Transferrate von 16 Kilobyte pro Sekunde. Stimmt, das A-Track sieht echt genauso aus, ja. Das ist witzig, weil dieses A-Track und auch dieses, was du jetzt da von Sinclair zeigst, das erinnert mich an diese alten Tonbänder, weil mein Opa hatte noch so ein altes Tonband, wo man das richtig so einfädeln musste noch. Das waren einfach so Rollen wie Film, aber es war halt Magnet und dann hat man da so die zwei Rollen draufgepackt und das so eingefädelt und dann konnte man halt Musik hören. Das war auch cool. Ich hab noch einen Kumpel, der nutzt das immer noch zum Musik hören. Der hat einen RIVOX, ein Schweine, das Ding ist wahrscheinlich heute, kann es wahrscheinlich heute in Gold aufwiegen. Das ist so ein, von der Firma RIVOX, ein Tonbandlaufwerk, aber halt im Top-Zustand gehalten und der spielt sich darauf immer Musik, weil ich glaube, du hast dann auf den Bändern, kannst du glaube ich dann, keine Ahnung, vier Stunden Musik am Stück irgendwie laufen lassen oder irgendwie so was. Und das Coole ist, man konnte Mickey-Maus-Stimme einstellen, weil da gab es so einen Schalter mit Geschwindigkeit und wir haben als Kinder da halt immer dran gesessen mit dem Kopfhörer und uns total schlapp gelacht über die Mickey-Maus-Stimmen, wenn man das schneller gestellt hat. Das war auch total witzig. Und das war auch noch so ein altes Gerät, weißt du, diese alten Geräte, die hatten richtige so irgendwie so Alu- oder Metallknöpfe. Alles war halt aus Metall irgendwie so voll wertig eigentlich und auch so voll klobig und ja, schwer kaputt zu kriegen auf jeden Fall. Teilknöpfe und was ich geil fand, immer diese, über diese beiden analogen Zeiger, die halt den linken und rechten Stereo-Kanal immer ausgeschlagen sind, das fand ich total geil. Wie so alte Spannungs-Messgeräte halt, ja. Und der Körper immer aus Holz. Genau. Jetzt sind wir aber echt voll retro heute. Ja, das ist ein Retro-Kobot. Ja, ja, passt ja auch voll. Aber dieser kleinen Mikro-Dinge da, dieser Schleifer, der dreht sich, das wird immer so um 90 Grad gedreht. Das kann doch irgendwie nicht gesund sein für das Band. Da musst du irgendwie dehnen und ich weiß nicht, dass das so schnell und so, ne gut, hast du dabei gesagt, ist fehleranfällig gewesen. Ja, also fehleranfällig, wenn man jetzt die Dinger untereinander getauscht hat, so, wenn du das an deinem eigenen Gerät, ich hatte halt einen Kumpel, der hatte damals einen Sinclair, einen Specki und später auch einen QL, der Vater hatte einen QL und wenn die da untereinander die Bänder dann getauscht haben zwischen den beiden Geräten, dann war das halt mal teilweise so ein bisschen haarig. Wenn du das Band nur an deinem Gerät benutztest, dann war das wohl nicht so, nicht so fehleranfällig. Aber wie gesagt, das ist auch zu lange, ich habe es halt selber nie besessen. Aber ich fand das damals cool, weil die Dinger halt so, ja, so klein halt waren und schnell halt eben auch. Ich meine, 7,5 Sekunden, um einmal das Band da durchzudrücken, das ist schon cool. Das klingt für mich so ein bisschen wie die eingestellte Einstellung des Kopfes, wie beim Tonband oder bei einer Gazette oder so, dass das dann vielleicht ein bisschen neben der Spur ist, wenn man ein anderes Gerät hat. Schade, ja. Dass die von Natur aus so eingestellt waren, so ein bisschen neben der Spur. Deswegen konnten sie nicht richtig abgreifen. Man weiß es nicht. Nee, das war, ich habe ja auch gerade gesagt, die Dinger waren ja auch, der, 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 oh Gott, jetzt, was hat der Spektrum damals gekostet in England? Ich glaube, irgendwas um die 100 Pfund und das Laufwerk halt eben die Hälfte. Also das ist, das war halt eben auch keine, keine hochwertige Qualität, nehme ich mal an, die da verbaut wurde. Das war ja bei St. Clair ja immer so, das war ja Computers for the Masses. Ja, also für die, für die, für den, für den, für jedermann. Die haben verbaut, was sie billig kriegen konnten, irgendwie so, irgendwie. Also alles so billig wie möglich. Das könnte denn die russische, russische Variante sein, entweder läuft es für die nächsten 800 Jahre oder ist nach zwei Stunden kaputt. Du scheinst aus Erfahrung zu sprechen mit russischer Technologie. Ja, russische Autos sind wirklich entweder, die hast du hier gekriegt und die laufen liefen, 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 liefen oder du hast ständig irgendwas reparieren müssen und dann hat das einer, die eine, ähm, Dissonanz hat dann das nächste wieder kaputt gemacht. Äh, ich hab da sehr viel nur gehört. Ich hatte mal so die Theorie, dass wenn's Diesel ist, läuft's endlos und wenn's normale Automotoren sind, ist's immer sofort kaputt. Aber ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Waren eigentlich die russischen Autos so wie Trabanten, diese alle auch so aus Pappe immer, weil die Trabanten, die waren ja immer so, irgendwie, die hatten ja so ein Gehäuse aus Pappe nur, ne, die Autos. Das war ja so Presspappe oder so, hab ich zumindest mal gehört. Ja, nur die, äh, wie heißen sie, die, die Kurtflügel und, äh, das Dach und so, die Knautzonen, die waren dann diese Presspappe. Aber, äh, Wolga zum Beispiel, das war richtig dick, also richtig, gut, dicke, dickes Metall und, ähm, so ein schwere, schwere, wertiges Zeug, nur dummerweise nicht richtig, ähm, nicht richtig korrosionsgeschützt. Also, es hat eine ganze Zeit weiter gedauert, aber es war irgendwann durchgegammelt, wenn man sich nicht drüber gekümmert hat. Ja. Wie kann man denn Pappe pflegen? Muss man da in die Waschenlage fahren oder so? Das ist doch weg. Das war ja schon lackiert oder so, ne? Ja, genau. Es war halt nur, was unten drunter ist unter dem Lack. Das ist übrigens krass, diese Materialien, weil meine, ähm, wie heißt es hier, äh, die Mutter meiner, äh, Frau, die ist, äh, hat so, so ein Ford Mustang, so einen alten, so ein Oldtimer-Auto, und ich glaube, das, da waren die Autos auch noch so aus Stahl oder Chrom oder irgendwo so, so voll dem heftigen Blech irgendwie, äh, also das Ding ist halt total schwer, also das Ding ist halt total schwer, also das hat halt auch gar keine Knautschzone, also wenn du damit crashst, dann, äh, bist du halt, da bist du halt garantiert tot, also da knautscht nix, ich weiß gar nicht aus welchem Material die alten Ford Mustangs gemacht wurden, aber es war noch so eine Zeit damals in den 50ern oder so, wo Autos noch aus so voll dem schwer, schweren Metall irgendwie fabriziert wurden. Aber die Mustangs, die haben doch auch richtig fett, äh, richtig fett Motor gehabt. Beim Trabi, da hast du zwei Zylinder und 26 PS. Ja, klar. Da musst du heutzutage aufpassen, dass sich das E-Bike nicht überholt. Also wenn du bei diesem Ford Mustang die Tür aufmachst, das fühlt sich auch so richtig schwer an, das ist ganz komisch, ganz komisches Feeling. Ja, alte Autos waren aber eh total, ich meine, ich mag ja alte Autos, äh, total gerne, also, äh, ich bin diese Woche auch ein, ach, ich weiß es gar nicht, einen uralten Mercedes gefahren, also ein Mercedes, da hatten die Sitze noch keine Kopfstützen, das war auch total ungewohnt. Du besitzt in dem Autohaus keine Kopfstützen und jedes Mal, wenn ich gebremst hatte, habe ich so Schiss, sodass gleich mir einer hinten reinknallt und dann mein Kopf, meine, mein Genick gebrochen ist. Ja, ich, das ist, ich glaube, die werden auch nur noch so mitgeschreift, die sind ja gar nicht mehr zulässig eigentlich, aber weil es halt so Oldtimer sind, zumindest hier in den USA, darf man die noch fahren. Ja, war auch ein Oldtimer, wir haben, beim Kollegen haben wir die, äh, der hat, der hat auch einen Mustang, ich weiß aber nicht, welches Baujahr, ich glaube, nicht ganz so alt, wohl doch, doch, ich glaube auch so End 60er, Anfang 70er Jahre, ähm, den bin ich aber nicht gefahren, ich hab mir den, ich hab, ich hab dann um den alten Daimler, ich weiß gar nicht, welches Modell das jetzt war, äh, den alten Daimler halt eben dann, mal eben von A nach B gefahren und das, es ist schon irgendwie cool, also, äh, die, äh, äh, was die damals teilweise da schon drin hatten, das, das ist irre. Ja, ich find's eigentlich auch voll spannend. Ich bin aber auch kein Automensch, aber jetzt so in den letzten zwei Jahren hat's mich immer mal ein bisschen mehr interessiert, auf einmal Autos halt irgendwie, irgendwie ist es schon ganz witzig, was es da alles gibt. Auch mit diesen Zylindern, es gibt ja zum Teil auch, geht's ja wieder zurück, ne, es werden ja immer weniger Zylinder verwendet, es gab ja eine Zeit, da gab's dann echt so, also, wir hatten mal so einen alten Toyota Camry, so ein ganz normales, äh, Auto halt, aber es hatte, glaube ich, sechs Zylinder. Also, das hatte so diese, da konnte man beim Kauf, glaube ich, damals, weiß ich nicht, wer das war, aus der Familie, irgendwer, ähm, sich dann entscheiden, welchen Motor man haben will, den fünf oder vier oder sechs Zylinder oder so und das war halt der Fette und das war so cool, das zu fahren, weil das halt so schnell beschleunigt hat immer, wie in diesen sechs Zylindern oder was weiß ich, also, genau verstehe ich's auch nicht, aber anscheinend, je mehr Zylinder, desto mehr Drehmoment hat man irgendwie oder so, desto mehr PS, genau, und das war dann ganz witzig, so ein, so ein ganz normal, schlaff aussehenden Toyota Camry, so ein ganz normales Auto zu fahren und dann hat das aber so voll den fetten Motor unter der Haube irgendwie, weil's eben sozusagen die Luxus-Edition war, naja, und das wird ja heutzutage, gibt's das glaube ich gar nicht mehr, Sechszylinder. Doch, natürlich. Ich hatte mir mal einen Vectra gekauft, Opel Vectra, 2,7 Liter mit sechs Zylindern und auf Gas umgebaut, da, es hat ganz schön, es ging ganz schön ab wie nach was Lumpi, aber, ja, Automatik, war mir einfach zu langweilig. Ja, ich bin, ich hatte, ich hatte mal ein paar Jahre, ein Zwölfzylinder, das ist, äh, schön, aber auch schön teuer. Zwölfzylinder, heftig. S-Klasse. Ach so, also bei Luxus, bei richtigen Luxusautos ist das noch gang und gäbe, dass man dann so fette Motoren hat wahrscheinlich, ja, gut. Ja, jetzt, das ist schon wirklich Jahre her, das war damals auch schon ein altes Auto, das war aber ein V12 und dann, äh, ähm, äh, konntest du halt eben auch, äh, ja, äh, wenn du nach, wenn du nochmal schnell gefahren bist, dann war der auch durstig, ne? Also dann bist du dann, was weiß ich, was finde ich, wenn ich dann mal nach Hannover oder nach Hannover geballert bin, dann, äh, war der Tank auch zur Hälfte der von, von Bremen aus. Ich finde das auch so cool, es gibt ja bei YouTube so diese kleinen, äh, diese Videos von so Mini-Otto-Motoren, so ganz klein, äh, in verschiedenen Ausführungen, so aus Stahl oder so und dann füllen die da immer so, so ein kleines Schnapsglas Sprit rein und dann geht das ab, so, das ist halt, das ist halt schon, verglichen zu so einer Dampfmaschine, ist es schon extrem krass, wie viel, wie soll man sagen, Energie da drin steckt. Also mein Chef hatte vor, vor einem Jahr noch ein Rem, ähm, mit, oh, die Dodge Ram. Ja, ja, genau, mit, mit acht Zylindern und, äh, ich glaube, fünf, sechs Liter, äh, ja, war geleased, deswegen musste er abgeben und jetzt hat er ein Problem, jetzt kriegt er wohl keinen mehr unter sechs, äh, über sechs Zylinder, jetzt, er, er holt ein bisschen der ganzen Sache nach. Ja, man gewöhnt sich da sehr schnell dran, aber ich, ich, wie gesagt, ich, bei mir ist das mittlerweile so, ich hab, also, ich hab das drüber schon mal gesagt, ich fahr jetzt ein, 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 ein Skoda Rooms da, weil ich brauch kein großes, wenn ich mir ein großes Auto hole, dann rufe ich mir eben bei, äh, ich mein, wenn ich eins brauche, dann, dann, dann gehe ich entweder zum, zum Verleiher oder ich, hab auch einen ganz guten Deal hier noch mit, 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 mit Mercedes hier in Bremen, die verleihen ja auch mittlerweile Autos, auch, wenn man längerfristig dann mal, dann mal was braucht, dann würde ich, würde ich mir da was holen. Ich bin auch, äh, das war auch das Wort letzte Woche, ich bin auch schwach geworden, ähm, bin ich auch ganz ehrlich, weil ich bin da eine, bin da eine, äh, bin da dann doch eine, äh, ein absoluter, Mercedes Liebhaber. Ich bin das neue EQS-Ding gefahren, also quasi die S-Klasse, als, äh, als E-Auto und alleine, weil das ganze Cockpit nur aus, aus Monitoren besteht, will ich das Auto schon kaufen. Das ist eine, eine riesige Front nur mit Monitoren vor dir, das sieht aus wie ein Raumschiff Enterprise und auch das Lenkrad hat irgendwie, keine Ahnung, 32 Knöpfe, das ist, äh, fand ich schon sehr cool, so, ähm, aber, ne, A, A, brauche ich das nicht und B, ähm, ist das halt auch, ähm, ja, das, das würde ich mir sowieso, äh, als, als Firmenwagen, würde ich mir sowas auch nicht mehr holen, das, das wäre mir einfach, äh, wenn ich es dann mal brauche, ja klar, dann würde ich, äh, wenn ich jetzt mal wieder viel, in den Genuss kommen würde, mal wieder viel, auch mal viel Zeit im Auto zu verbringen, auch viel auf, äh, auf der Autobahn, auf Langstrecke zu, zu verbringen, dann, ähm, habe ich ja früher auch gemacht, da habe ich mir halt auch mal dann, dann meistens dann, äh, die, eine S-Klasse halt eben dann, dann, äh, für ein paar Monate ausgeliehen, ne, weil, äh, das ist schon, wenn man lange Zeit im Auto sitzt, dann, doch etwas angenehmer, als in einem, in einem Kleinwagen, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber es ist so, und, ähm, jetzt wäre es halt, weil wir auch jetzt hier zu Hause auf E, äh, mehr oder weniger meine Frau und meine Tochter auch beide jetzt E-Autos fahren, ähm, haben wir halt, äh, würde ich dann halt auch mir dann so ein E-Ding dann für einen Monat oder sowas holen, aber es selber kaufen will ich mir so ein Auto, äh, nicht mehr, das ist auch preislich, äh, nicht in einer, früher war das ja so, du hast dir so eine S-Tonne geholt, die hat dann auch viel Geld gekostet, aber, ähm, äh, äh, als Leasingfahrzeug halt halt eine hohe Rate gehabt, so, aber, ähm, der, der Wertverlust war dann halt eben dann, dann halt eben nicht, nicht ganz so hoch, ne, und, äh, jetzt bei den E-Autos, äh, weiß ich gar nicht, wie das ist, wenn, der kostet ja glaube ich auch fast, keine Ahnung, ich weiß nicht, was der kostet, aber bestimmt über 100.000, äh, das, das Geld kriegst du ja nie wieder für so ein Auto, also. diese E-Autos, die haben ja auch so einen riesen Drehmoment, der, der, der Dodge, der hatte, äh, 400 PS, war manchmal ganz gut, wenn man da mit in den Fahnen ist, und hinten einen großen, großen Allänger dran hat, oder so, aber, jetzt kommt er mit den, knapp 200 PS, oder 150 PS, von den anderen Autos, die ja noch, die wir noch da in der Firma haben, kommt man auch an. Ja, man kommt mit jedem Auto an, ne, wie gesagt, das ist, äh, das ist dann auch echt, echt nur, äh, ich sag mal ruhig, das ist dann auch so ein bisschen, auch so was wie eine Macke von mir, aber, wie gesagt, da, äh, 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 dem, 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 dem V12, ähm, dem, dem habe ich damals schon sehr, sehr lange, äh, hinterher getrauert, ich bin dann von dem, ich bin dann von dem V12 auf eine, äh, was war das dann, V6, äh, dann halt eben gewechselt, und da habe ich mich dann schon gefühlt, so als würde ich mich jetzt hier von dem, ich sag mal, von dem, von dem, äh, von dem Passat irgendwie in den Lupo, irgendwie dann, dann bewegt haben, äh, das war halt irgendwie schon so, aber das ist halt auch, wie gesagt, das war, paar Jahre, das muss, äh, 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 das war mal schön, so ein Auto zu fahren, sag ich ja, aber dauerhaft, und vor allem auch, ne, wenn du dann halt gesehen hast, ne, wenn du, wenn du halt da aufs Gas getreten hast, du konntest halt eben der Tanknadel auch beim, beim Runterfallen zugucken, und das war halt auch so, ah, nee, das ist glaube ich jetzt nicht so gut, weder fürs Pop, noch irgendwie für die Umwelt, auch wenn es Spaß macht, so, und dann, äh, kommt ja auch noch mit dazu, das Ding, ähm, das Ding wiegt ja auch ne, auch ne, das Ding wiegt ja auch dann irgendwie, keine Ahnung, der war glaube ich, äh, auch bei irgendwas bei, bei 2,8 oder sowas Tonnen, äh, ich hab das Auto zwei Jahre gefahren, oder besessen, und danach durfte ich erstmal hier meinen Parkplatz neu, oder meine Einfahrt hier neu pflastern lassen, weil der, weil der Wagen einfach die ganzen Steine runtergedrückt hatte, ne, also das war, das, äh, hat mich dann auch so ein bisschen gestört. Karibik-Feeling, auf den Spurrillen. Ja, genau, auf den Spurrillen, genau. Ne, und heute eher, eher, eher klein, und dafür schnell, äh, schnell und wendig am Ziel, ich sag ja mal, mein blöder Skoda bringt mich auch nach, nach knappen Stunde zur, zur, Location nach Hamburg. Ach, was ich auch, was ist? Äh, ich wäre liebend gern morgen da, den ganzen Tag, aber, äh, ja, braucht man nicht, braucht man nicht thematisieren, ist halt so. Hat eine OP, und, äh, und ist auch jetzt hier, normalerweise, also sie ist jetzt nicht zu Hause, wir, wir wohnen 100 Kilometer auseinander, und dann macht es sich das schon nicht ganz so gut, wenn sie nach, zu mir, zu mir kommt, und, äh, ich, ja, ich verpisse mich denn, das geht denen auch nicht, außerdem muss ich ein bisschen pflegen. Ja, es ist verständlich, also, wird das nicht auch übertragen, auf Twitch, das ist die Weihnachtsfeier, ja, ne? Also man kann ja dann auch, teilweise, äh, teilweise, ich, äh, ich muss dazu gestehen, ich hab jetzt da nicht so ganz den Durchblick, weil ich auch durch, das wird jetzt hier... äh, 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 vorher aufwendende Sachen, aber, einiges, ab 14 Uhr, glaube ich, geht's dann los, eins, oder um zwei geht's dann bloß, äh, live. Ja, der Sendeplan ist auf der Homepage oder auch auf den sozialen Kanälen und ich seh gerade auch, die erste Stunde ist, äh, jetzt voll hier auf Twitch, das heißt, äh, der Stream ist jetzt dann für heute erstmal vorbei und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich hab jetzt gar keine Classic Night hier großartig vorbereitet gehabt, weil ich eigentlich damit gerechnet hab, dass hier gleich noch irgendwas aus der Location kommt. Ähm, ja, ich muss mal gucken, Leute, äh, entweder schmeiß ich gleich nochmal was an, was ich hier noch irgendwo auf der Festplatte zu, äh, schlummern habe, ansonsten, äh, fällt die Classic Night dann leider heute aus, aber, ähm, ja, bleibt einfach mal dran und wenn ihr den Rest von unserem Audio-Podcast hören wollt, dann bitte unten auf die auch eingeblendeten hier Patreon- und Steady-Seiten gehen und uns da unterstützen, da könnt ihr dann den Rest von der, von unserer Diskussion dann euch, äh, ähm, ja, ich glaub, ja, ich weiß nicht, ob es auch morgen schon rauskommt, aber in den nächsten Tagen euch dann anhören. Ja, tschüss, jetzt wird's gleich ganz spannend, tschüss. Oh, so spannend, ich hab, ey, ich muss dir noch was erzählen, Leute, aber erst mal sage ich tschüss. Ja, mir ist auch was richtig Peinliches passiert, das ist echt, oje. Oje, 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 was für ein Spoiler, also Leute, bis zum nächsten Mal, tschüss. 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 Vielen Dank.